Sie hören den Artikel Pyongyang aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 18. Juli 2016. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 an POTIT und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Pyongyang, Basisdaten Koreanisch Pyongyang Jikal-Shi Fläche 2653 Quadratmeter Einwohner 4.138.187 Stand 1. Januar 2010 Bevölkerungsdichte 1560 Einwohner je Quadratkilometer Gliederung 18 Stadtbezirke Kuyuk, Einlandkreis Gun Verwaltungssitz Pyongyang Pyongyang ist die Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, Nordkorea, und liegt im Südwesten des Landes. Sie steht unter zentraler Verwaltung der Regierung. In der Kernstadt leben 3.270.582 Menschen im Jahre 2010. Das gesamte Verwaltungsgebiet Pyongyangs, zu dem auch vier Landkreise gehören, hat 4.138.187 Einwohner. Die Stadt ist politischer, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt, sowie Verkehrsknotenpunkt des Landes mit der Manso-Dae-Kongresshalle, Universitäten und verschiedenen Theatern, Museen sowie Baudenkmälern. Geografie Geografische Lage Pyongyang liegt in der Mitte der nordwestlichen Niederung der koreanischen Halbinseln, umgeben von Bergen und Flüssen, Ebenen und Anhöhen. Am Fluss Taedong durchschnittlich 38 Meter hoch. Nordwestlich befinden sich niedrige Bergketten und östlich liegen einige kleine Hügel. Es wird zudem von dem Nebenfluss Potong durchlaufen. Das gesamte Verwaltungsgebiet von Pyongyang, einschließlich der ländlichen Siedlungsgebiete, hat eine Fläche von 2.653 Quadratkilometern. Das Saarland hat zum Vergleich mit 2.569 Quadratkilometer Fläche eine ähnlich große Ausdehnung. Größte Städte im administrativen Verwaltungsgebiet sind, Stand 1. Januar 2010, Pyongyang mit 3.270.582 Einwohnern, Sungho mit 44.526 Einwohnern, Sunan 40.983 Einwohner, Gangdong 32.324 Einwohner und Tunghua 21.621 Einwohner. Die Stadtprovinz Pyongyang wurde 1946 aus der Provinz Pyonganamdo herausgelöst und zur besonderen Verwaltungsregion erklärt. Seitdem wird sie von der Regierung zentral verwaltet. Pyongyang gliedert sich in 18 Stadtbezirke und einen Landkreis. Im Jahr 2010 gliederte die Regierung den ehemaligen Stadtbezirk Sungho-Kyuk sowie die zuvor Pyongyang zugehörigen Landkreise Chungha-Gun, Bangnam-Gun und Sangwon-Gun der benachbarten Provinz Hwanghae-Buk-Do an. Stadtbezirke eine städtebauliche besonderheit bilden diverse achsen durch die symmetrische gegenüberstellung monumentaler bauten wie beispielsweise dem großmonument manshude und dem monument zur gründung der partei der arbeit koreas klima die stadt befindet sich in der gemäßigten klimazone die durchschnittliche jahrestemperatur beträgt 10,7 grad celsius die jahre ist niederschlagsmenge 939,8 mm die sommer sind während der monsoonzeit von juni bis september sehr warm und feucht die winter sind stark von kalten winden aus sibirien beeinflusst und daher sehr kalt aber trocken der wärmste monat ist der august mit durchschnittlich 24,4 grad celsius der kälteste januar mit minus 8,1 grad celsius im mittel der meiste niederschlag fällt im monat juli mit durchschnittlich 275,2 mm der wenigste im februar mit 11 mm im mittel Geschichte Historischer Überblick Pyongyang gilt als die älteste Stadt der koreanischen Halbinsel Der Name Pyongyang bedeutet ebenes Land oder gemütvolle Umgebung Der Legende nach wurde es im Jahr 2333 v. Chr. vom Halbgott Dangun Wanggom, dem mythologischen Staatsgründer Koreas, unter dem Namen Wanggomsong gegründet Die geschriebene Geschichte beginnt 108 v. Chr. mit der Gründung einer chinesischen Handelskolonie in der Nähe der Stadt 427 wurde Pyongyang die Hauptstadt des Königreichs Goguryeo 668 ist die Stadt von den Chinesen erobert worden 1135 machte Myo Chong, König von Goguryeo, nachdem Korea im Westen benannt wurde Sogyong, heute Pyongyang, zu seiner zweiten Hauptstadt Die japanische Armee besetzte Pyongyang von 1592 bis 1593 Chinesische Streitkräfte nahmen die Stadt 1627 ein und setzten sie in Brand Nachdem sich Korea dem Ausland geöffnet hatte, wurde Pyongyang die Basis für die christliche Missionierung In der Stadt sind über 100 Kirchen gebaut worden Um 1880 waren in der Stadt mehr protestantische Missionare als in jeder anderen asiatischen Stadt Während des ersten japanisch-chinesischen Krieges 1894 bis 1895 und den nachfolgenden Seuchen wurde Pyongyang in weiten Teilen zerstört und fast vollständig entvölkert In der japanischen Kolonialzeit 1910 bis 1945 entwickelte sich Pyongyang zu einem Industriezentrum Die Stadt trug in dieser Zeit den japanischen Namen Heijo Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 ist die Stadt durch Luftangriffe erneut zerstört worden Nach dem Krieg legte man zahlreiche Parks und breite Straßenzüge gesäumt von großen Wohnhäusern an Pyongyang entwickelte sich zu einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum sowie Verkehrsknotenpunkt des Landes Rein formell wurde Pyongyang erst 1972 zur Hauptstadt Nordkoreas erhoben das von 1948 bis dahin nur als Provisorium galt In diesem Zeitraum berief sich die nordkoreanische Verfassung auf die Geschichte Koreas in der Zeit des Königreichs Choson und des koreanischen Kaiserreichs in welcher Jahrhunderte lang Seoul als Hauptstadt galt Religionen Die traditionellen Religionen Pyongyangs sind der Buddhismus und der Konfuzianismus Heute ist aber vermutlich ein Großteil der Bevölkerung religionslos Der Artikel 68 der nordkoreanischen Verfassung gewährt dessen Bürgern freie Ausübung ihrer Religion solange dies nicht zur Infiltration durch äußere Kräfte oder zur Verletzung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung missbraucht wird Trotzdem berichten sowohl christliche Organisationen wie Open Doors als auch säkuläre Hilfswerke wie Amnesty International dass praktizierende Christen in Internierungslage gesperrt würden und Religionsfreiheit allgemein de facto nicht existiert Diesen Berichten zufolge gibt es zwar mehrere Schaukirchen zu Propagandazwecken zum Beispiel die Kirche Pengsu oder die Kathedrale von Zhangchung das in der Verfassung verbriefte Recht würde den Christen aber verweigert da es sich nicht um eine staatlich kontrollierte Organisation handelt Trotzdem sei eine aktive Untergrundkirche vorhanden Das Christentum war lange besonders in Pyongyang stark vertreten Der US-amerikanische Pastorenphilosoph George Trombolad schätzte bei seinem Besuch in der Stadt am 7. April 1907 die Zahl der Christen auf 13.000 bis 14.000 Der Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug etwa ein Drittel Die Anzahl der Kirchen lag bei über 100 Deshalb wurde Pyongyang auch als Jerusalem des Ostens bezeichnet Einwohnerentwicklung Von 40.000 Einwohnern 1890 stieg die Bevölkerung der Stadt bis 1924 auf über 100.000 Bis 1938 verdoppelte sich diese Zahl auf 235.000 Im Jahre 1962 lebten in Pyongyang 653.000 Menschen 1978 waren es bereits 1,3 Millionen 2010 hatte die Kernstadt 3,3 Millionen Einwohner Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer beträgt 68 Jahre Die der Frauen 74 Jahre Durch die immer wieder auftretenden Hungersnöte und die schlechte medizinische Versorgung hat sich die Lebenserwartung jedoch deutlich reduziert Pyongyang ist ethnisch homogen und weist prozentual einen sehr niedrigen Ausländeranteil auf In der Stadt leben fast ausschließlich Koreaner Gründe hierfür sind auch die isolationistische Politik der Regierung Gesellschaftliche Ächtung aller Nicht-Koreaner und die geringe Attraktivität der Stadt für Einwanderer Es gilt als praktisch unmöglich sich als Ausländer in Pyongyang niederzulassen Politik Pyongyang steht unter zentraler Verwaltung der Regierung und besitzt den Status einer Provinz Der Regierungsapparat wird von der Kommunistischen Partei der Arbeit Koreas dominiert deren Führungsrolle in der Verfassung verankert ist Der Bürgermeister der Hauptstadt wird vom ersten Sekretär der Partei der Arbeit Koreas ernannt Das höchste Machtorgan bildet formell das Parlament, dessen Mitglieder auf fünf Jahre gewählt werden Das Verfahren zur Besetzung öffentlicher Ämter wird in der Verfassung als demokratischer Zentralismus bezeichnet Aus Wahlen geht in der Regel der einzige von der Partei der Arbeit Koreas aufgestellte Kandidat mit großer Mehrheit als Sieger hervor Städtepartnerschaften Pyongyang unterhält mit folgenden Städten eine Partnerschaft Jakarta Indonesien Kathmandu Nepal Moskau Russland Tianjin Volksrepublik China Kultur und Sehenswürdigkeiten Theater Zu den zahlreichen Theatern der Stadt gehört das große Opernhaus an der Kreuzung zwischen Sungni und Yongguangstraße Es hat ein Fassungsvermögen von 2200 Personen und auf der Bühne können bis zu 700 Darsteller auftreten Die dort aufgeführten koreanischen Opern dauern etwa drei bis vier Stunden Im Nordosten von Pyongyang nahe der Rinnabrücke befindet sich ein zweites Opernhaus Ihm gegenüber steht die zentrale Jugendhalle für Konzerte und künstlerische Aufführungen mit einer Kapazität von 3600 Personen Das im griechisch antiken Stil erbaute Moranbong Theater befindet sich nahe der Chollima Statue Es diente der ersten Volksversammlung im Jahre 1948 nach der Unabhängigkeit von Japan und wird heute für Aufführungen benutzt Museen Eines der bekanntesten Museen in Pyongyang ist das Historische Museum In insgesamt 19 Ausstellungsräumen ist die Geschichte Koreas von der Steinzeit bis zur japanischen Kolonialzeit zu sehen Gegenüber dem Historischen Museum befindet sich die koreanische Kunstgalerie Sie ist im Jahre 1954 eröffnet worden und beherbergt auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern antike Kunstgegenstände ebenso wie moderne, parteitreue Malerei und Skulpturen Nahebei steht das Folklore-Museum, in dem koreanische Volkskunst und Kultur ausgestellt wird Des Weiteren besteht das Museum der Parteigründung in einem 1923 unter japanischer Herrschaft errichteten Bauwerk In der dortigen Ausstellung der drei Revolutionen werden in mehreren Themenhallen die ideologischen, technischen und kulturellen Errungenschaften Nordkoreas dargestellt Seit 1946 gibt es das Briefmarkenmuseum Koreas Das Eisenbahnmuseum Pyongyang befindet sich gegenüber dem Hauptbahnhof Auf dem Taedong-Fluss liegt die USS Pueblo Das weltweit einzige Schiff der US-Marine, welches sich in Gefangenschaft befindet und heute besichtigt werden kann Das Schiff wurde 1968 unter nie ganz geklärten Umständen aufgebracht und die Besatzung 1969 freigelassen Bauwerke Die Stadt ist mehrmals durch Kriege zerstört und anschließend wieder aufgebaut worden Das moderne Pyongyang hat zahlreiche Parks und breite Straßenzüge, die von großen Wohnhäusern gesäumt werden Zu den Sehenswürdigkeiten in Pyongyang gehören die Überreste der früheren Stadtmauern Gräber aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und buddhistische Tempel Die meisten Prachtbauten wurden vom nordkoreanischen Baukonzern Manzu-Day Overseas Project errichtet Im Mai 2014 stürzte ein Wohnhaus ein Die Zahl der Opfer geht in die Hunderte Großmonument Manzu-Day Das Großmonument auf dem Manzu-Hügel im Stadtzentrum soll den revolutionären Kampf des nordkoreanischen Volkes unter Kim Il-Song ehren Es wurde von dem Bauunternehmen Manzu-Day Overseas Projects errichtet Und im April 1972 zum 60. Geburtstag des Staatschefs eröffnet Bis April 2012 stand eine Einzelstatue Kim Il-Songs im Zentrum des Großmonuments Aus Anlass des 100. Geburtstags von Kim Il-Song wurden am 13. April 2012 an dieser Stelle eine Doppelstatue von Kim Il-Song und Kim Jong-il eingeweiht Die ursprüngliche Statue Kim Il-Songs wurde dabei durch eine neue ersetzt Statt des Mao-Anzugs wird Kim Il-Song nun im Business-Anzug dargestellt Außerdem trägt er eine Brille und lächelt Der charakteristische nach vorn ausgestreckte Arm wurde beibehalten Die daneben stehende Statue Kim Jong-ils stellt diesen in Mantel und typischen uniformartigen Blazer dar Links und rechts davon befinden sich zwei Großskulpturen, in deren Zentrum jeweils eine steinerne, wehende Fahne steht Umringt von insgesamt 228 bis zu 5 Meter hohen Statuen, die das Volk darstellen sollen Im Hintergrund liegt die Wand des Revolutionsmuseums, auf der in einem Mosaik der heilige Berg der Revolution, der Pekdu, abgebildet ist Die Gesamtfläche des Monuments beträgt angeblich 240.000 Quadratmeter Gegenüber dem Großmonument Mansu-deh befindet sich auf der anderen Seite des Taedong-Flusses das Monument zur Gründung der Partei der Arbeit Koreas Südlich des Mansu-Hügels liegt der riesige Kim Il-Song-Platz Er ist in der kommunistischen Tradition flächenbetonte Aufmarschplätze gehalten Bleibt mit seinen rund 75.000 granitgedeckten Quadratmetern jedoch hinter dem Tiananmen-Platz in Peking zurück Er wurde bereits 1954 errichtet und dient vor allem für Paraden und Aufmärsche Am östlichen Taedong-Ufer steht der im Jahr 1972 zum 70. Geburtstag Kim Il-Songs feierlich enthüllte 170 Meter hohe Juche-Turm als prägnantester Teil einer Gesamtanlage Er besteht aus einem Sockel, einem sich nach oben verjüngenden, abgestuften Turmkörper, dem oben auf eine stilisierte rote Flamme gesetzt ist Triumphbogen Ein weiteres bekanntes Bauwerk ist der ebenfalls 1982 zum 70. Geburtstag von Kim Il-Song eingeweihte 60 Meter hohe Triumphbogen Er ist drei Meter höher als sein Pariser Vorbild Er besteht aus 10.500 Granitblöcken, einem großen 27 Meter hohen Bogen und kostete mehrere Millionen US-Dollar Er dient der Versinnbildlichung der heroisierten Rückkehr des Generals Kim Il-Song vom siegreichen Kampf um die Befreiung des Landes von den Japanern Auf der Außenseite des Bogens sind Reliefs angebracht, dazu Strophen aus dem Lied vom General Kim Il-Song und die Jahreszahlen 1925 und 1945, die die Zeit des anti-japanischen Befreiungskampfes eingrenzen Neben dem Triumphbogen erstreckt sich der Freundschaftsturm in die Höhe, der 1959 errichtet und 1984 vergrößert wurde und die Freundschaft zwischen Nordkorea und der Volksrepublik China symbolisieren soll Ryukyong Hotel Das Ryukyong Hotel sollte nach der Fertigstellung das höchste Hotel der Welt und eines der höchsten Gebäude überhaupt werden Der Rohbau verfügt über 105 Stockwerke, nach oben spitz zusammenlaufend, auf einer Höhe von 330 Metern Seit Beginn der Bauarbeiten wurde lediglich das Betongerüst in seiner vollständigen Höhe fertiggestellt Das Hotel gehört zu einer Reihe von Prachtbauten, die Kim Il-Song, Vater des verstorbenen nordkoreanischen Herrschers Kim Jong-il, planen und seit 1987 bauen ließ Das Hotel sollte eigentlich bis zu den Weltfestspielen 1989 fertiggestellt werden Der Termin wurde jedoch aufgrund von baulichen und Finanzierungsproblemen verschoben 1992 wurden die Bauarbeiten abgebrochen Seitdem stand das Gebäude jahrelang als Bauruine in der Stadt 2008 begann der ägyptische Mischkonzern Oroscom Group mit dem Weiterbau, der bis 2012 abgeschlossen sein sollte Das Hotelunternehmen Kempinski kündigte im November 2012 an, im Juli oder August 2013 im obersten Teil des Gebäudes ein Hotel mit zunächst 150 Zimmern eröffnen zu wollen, das nach und nach erweitert werden soll Dieser Plan wurde aber inzwischen wieder zu den Akten gelegt Pagoden und Pavillons Zu den sehenswerten Pagoden und Pavillons der Stadt gehören Die siebenstöckige Pagode Der Umil-Pavillon, begenannt nach dem General Umil aus dem antijapanischen Widerstand Der Chae-Sung-Pavillon als ehemaliger Beobachtungsstützpunkt der koreanischen Volksarmee Der Pupyok-Pavillon mit Sicht auf den Taedong-Fluss Sowie der Chongnyu-Pavillon als Rest der alten äußeren Stadtmauern Ebenfalls ein geschichtliches Erbe der Stadtmauer ist der Yong-Wang-Pavillon, der direkt am Taedong-Fluss liegt und eine schöne Aussicht bietet Er wurde im Jahre 1111 errichtet, wieder zerstört und 1670 in seiner gegenwärtigen Gestalt neu gebaut Historische Grabstätten Das Mausoleum von König Tongmyong, auch Ko-Jumong genannt, befindet sich 25 Kilometer östlich vom Stadtzentrum Es wurde im frühen 5. Jahrhundert errichtet Am 14. Mai 1993 wurde seine Rekonstruktion abgeschlossen 38 Kilometer nordöstlich vom Stadtzentrum, im zum Stadtgebiet gehörenden Landkreis Kangdong-Gun Befindet sich an der Anlage, die der nordkoreanische Staat als Mausoleum Dangguns darstellt Eines Wesens himmlischer und tierischer Abstammung und Hauptfigur des unter der neuzeitlichen Joseon-Dynastie aufgebauten und noch heute einflussreichen nationalen Gründungsmythos Die 2333 v. Chr. einen ersten koreanischen Staat, Go Joseon, gegründet und fast 2000 Jahre lang beherrscht haben soll 1994 wurde die Rekonstruktion der angeblichen Grabstätte abgeschlossen Der Komplex umfasst eine Fläche von 45 Hektar Im Zentrum steht eine 50 Meter hohe weiße Pyramide Zu der Pyramide führt in zwei Etappen eine 40 Meter breite weiße Treppe hinauf, die von Statuen gesäumt ist Die Tanguns Söhne und einige seiner höfischen Beamten abbilden Weitere Bauwerke Historisch interessant sind das Potong-Tor und das Tedong-Tor Reste der Stadtmauer aus der Mitte des 6. Jahrhunderts Das Tedong-Tor ist 1635 neu aufgebaut worden und enthält eine große Bronzeglocke Eine weitere Bronzeglocke befindet sich am Ufer des Flusses Tedong Sie wird Glocke von Pyongyang genannt und hing ursprünglich am Tedong-Tor, ist aber nach einem Feuer im Jahre 1714 zerstört worden Die jetzige Glocke wurde 1726 neu angefertigt Sie ist 3,1 Meter hoch und wiegt 13 Tonnen Bis 1890 wurde sie als Signalgeber für die Einwohner von Pyongyang verwendet, wenn Gefahr drohte Wahrzeichen der Stadt sind auch der Fernsehturm Pyongyang am Stadtrand mit Aussichtsplattform in 150 Meter Höhe Und der 1946 errichtete Befreiungsturm, um an die Unterstützung der sowjetischen Armee im Unabhängigkeitskampf gegenüber Japan zu erinnern Sowie die 46 Meter hohe Chollima-Statue Die auf einem 32 Meter hohen Steinsockel stehende Figur eines geflügelten Pferdes, das eine Frau und einen Mann trägt Stellt den raschen Wiederaufbau des Landes nach dem Koreakrieg und die damit verbundenen Errungenschaften dar Sie wurde am 15. April 1961 zum 49. Geburtstag des Staatschefs enthüllt Das abgebildete Symbol geht zurück auf eine koreanische Legende von einem Pferd, das bis zu 1000 Ri, koreanisches Längenmaß, ein Ri entsprechend ca. 390 Meter, an einem Tag zurücklegen kann Im Stadtzentrum steht ein Denkmal zu Ehren der Parteigründung, das am 10. Oktober 1975 zum 30. Jahrestag enthüllt wurde Nahe befindet sich das Denkmal der gefallenen Soldaten der Volksarmee, 1959 errichtet und 24 Meter hoch Im Westen der Stadt liegt die Gedenkstätte für den vaterländischen Befreiungskampf, die erst 1993 zum 40. Jubiläum desselben errichtet wurde Die 150.000 Quadratmeter Fläche betritt man durch ein monumentales Tor mit verschiedenen Bronzereliefs, die in diversen Variationen das Thema Sieg abhandeln Auf dem Gelände sieht man mehr als 10 Themenskulpturen, Einzeldarstellungen von Kriegen in heroischen Posen und gemeißelte Schriftzüge von Kim Il-sung Hinter der Universität, im Norden der Stadt, befindet sich der Gumsu-san-Palast, das Mausoleum von Kim Il-sung Dort ist die einbalsamierte Leiche aufgebahrt und an bestimmten Tagen auch von ausländischen Besuchern zu betrachten, wenn man dies rechtzeitig anmeldet In angrenzenden Räumen sind internationale Geschenkgaben ausgestellt, darunter ein Dienstwagen des Verstorbenen, ein Mercedes mit Partei-Emblem Das erste Fünf-Sterne-Hotel des Landes wird das Yongkwang-Hotel im Stadtzentrum sein Jedoch liegen die Bauarbeiten seit 2013 nieder Das Potongang-Hotel wurde in den 1970er Jahren errichtet Parks Am Fuße des Moran-Hügels liegt ein Spielplatz, der Moran-Bong-Jugendpark mit Zerstreuungsmöglichkeiten sowie mehreren Lotusteichen und wasserspendenden Brunnen Zahlreiche Propaganda-Skulpturen sind im Togak-Park zu sehen und man findet dort Einrichtungen wie das Volkskunstmuseum und mehrere Restaurants Die im Taedong-Fluss gelegene Suk-Insel dient im Wesentlichen als Grün-Oase und Freizeitgelände für die Bewohner Pyongyangs Sie ist mit einer Fähre erreichbar und besitzt ein 13,5 Meter hohes Monument das an historische, aber erfolglose Verhandlungen Kim Il-Songs mit südkoreanischen Politikern im Jahre 1948 erinnern soll Das Freizeitgelände auf der Suk-Insel ist mit Swimmingpool, einem Strand, einem Wrestling-Ring, einer Tanzhalle und einem Spielplatz ausgestattet Im Nordosten Pyongyangs, auf den Taesong-Bergen, liegt der Friedhof der Revolutionshelden Er bedeckt eine Fläche von 30 Hektar auf der Tutan-Höhe Im Zentrum des Heldenfriedhofs steht eine 11 Meter hohe rote Fahne aus Granit Rundherum sind Gräber von Büsten von sogenannten Märtyrern der Revolution gruppiert Von der nach offiziellen Angaben 1400 Meter hochgelegenen Gedenkstätte kann man das gesamte Stadtgebiet überblicken In Nachbarschaft befindet sich der Korean Central Zoo Sport Im Norden von Pyongyang, rund um den Moran-Hügel, ganz in der Nähe des Triumphbogens, steht das Kim Il-Song-Stadion mit einem Fassungsvermögen von 70.000 Personen Es war von 1933 bis zur Auflösung in den 50er Jahren die Heimatstätte des Pyongyang FC Kurz nach der Befreiung befand sich hier eine öffentliche Erholungsregion Und eine erste Version des Stadions wurde schon Ende der 1940er Jahre gebaut, aber im Koreakrieg zerstört Nach dem Ende wurde ein neues Stadion errichtet, im Jahre 1982 umgestaltet und vergrößert Auf der Insel Rungna im Tedong wurde 1989 das Stadion 1. Mai, Rungna do Mayday Stadion, fertiggestellt Es ist mit 150.000 Sitzplätzen, einer Fläche von 22.500 Quadratmetern und einer Höhe von 60 Metern Das zehntgrößte Sportstadion sowie das zweitgrößte Fußball- und Leichtathletikstadion der Welt Die Sportarena beherbergt Trainingshallen, Erholungsräume, ein Schwimmbecken, Wohn- und Esszimmer, Sende- und Kontrollräume, Telexgeräte sowie eine Gummi-Rennbahn mit einer Länge von mehreren hundert Metern 1995 trug man hier das Wrestling-Event Collision in Korea aus Im Westen der Stadt steht das 1973 fertiggestellte Hallenstadion Pyongyang Ein markantes Gebäude mit konischem Dach für 20.000 Zuschauer Ist neben dem Stadion die 1982 eröffnete Pyongyanger Eissporthalle Wo auf einer Fläche von mehr als 25.000 Quadratmetern Eis gelaufen werden kann Das Eisstadion fasst etwa 6.000 Personen Im nahegelegenen Changguang Gesundheitszentrum Es hat eine Kapazität von 16.000 Personen Werden unter anderem auch Schwimmwettbewerbe veranstaltet Weitere Sportarenen in Pyongyang sind das 1982 eröffnete Moranbong-Stadion mit einer Kapazität für 70.000 Zuschauer Das 1989 fertiggestellte Yanggakdo-Stadion für 30.000 Personen Das Sosan-Stadion, Kapazität für 25.000 Zuschauer Und das 2003 eröffnete Ryukyong-Jongju-Yong-Stadion, Kapazität für 12.000 Zuschauer Auf dem Pyongyang Golf-Komplex werden seit 2008 die DPRK Amateur Golf Open durchgeführt Im November 2013 eröffnete der Munsu Water Park Gastronomie Nachtleben gibt es praktisch nicht Jedoch bilden sich langsam einige Gaststätten heraus in denen es bis 23 Uhr Karaoke gibt Es werden traditionelle koreanische Gerichte serviert insbesondere Nudeln aber auch Reisgerichte wie zum Beispiel Shinsholo oder Reiskuchen Fisch, Tintenfisch, verschiedene Meeresfrüchte und Seetang kommen ebenfalls auf den Tisch Fleisch wird eher selten gegessen Wenn Fleisch auf den Tisch kommt, dann vor allem Rind und Schwein immer klein geschnitten und entweder gegrillt oder kurz gebraten Neben Kimchi gibt es Kinakohl, Rettich und andere Gemüsearten Auch Soja-Quark, Tofu und koreanische Sojasauce werden serviert In einigen Restaurants in Pyongyang kann man chinesische Kost bekommen Ein Restaurant auf der Quangbuk-Straße hat sich auf italienische Küche spezialisiert Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaft Pyongyang ist das industrielle Zentrum des Landes in dem unter anderem Metall, Textil, Elektronik und Nahrungsmittelindustrie sowie Maschinenbau angesiedelt sind Zu Beginn der 1990er Jahre wurde die Wirtschaft der Hauptstadt durch den Wegfallen nahezu aller traditionellen Handelspartner schwer getroffen Nunmehr basierte der Handel auf Dollarbasis Die Folge war der Rückgang der gesamten industriellen Produktion von bis zu 5% pro Jahr bis zu einem nahezu kompletten Stillstand um das Jahr 2000 Nach westlichen Schätzungen mussten mehr als die Hälfte der Fabriken stillgelegt werden Einige Quellen sprachen von bis zu 90% Die Wirtschaft befindet sich derzeit auf Subsistenzniveau Neben dem zusammengebrochenen staatlichen Versorgungssystem existiert die Ausländische Hilfe über deren Verteilung die UNO und verschiedene Non-Profit-Organisationen wachen Die Stromversorgung Pyongyangs stammt aus Wasserkraft, Wärmekraftwerken und aus Plutoniumreaktoren Da diese Werke nicht immer funktionieren, ist die Stromzufuhr rationiert Dies führt dazu, dass es abends in Pyongyang überwiegend dunkel ist Bestimmte Einrichtungen wie das diplomatische Viertel, Regierungs- und wichtige Verwaltungsgebäude, Ausländerhotels die Quartiere der koreanischen Volksarmee und die in der Nacht beleuchteten Monumente zu ihren Kimmelsongs verfügen über eine eigene Stromversorgung Die Stadt wird von einem sehr großen Kohlekraftwerk zentral beheizt Durch die günstige Lage im Nordosten bleiben die Bewohner von Pyongyang von Luftverschmutzung verschont Der Wind treibt den russigen Brennstaub stadtauswärts über die Hügel Die Fernwärme wird mit erheblichen Energieverlusten durch ein unterirdisches Leitungssystem zu den Wohnhäusern geführt Ein Problem ist, dass nicht immer rechtzeitig genügend Kohle geliefert werden kann Die Einwohner der erkalteten Wohnungen behelfen sich mit kleinen Allesbrenneröfen was mit ein Grund dafür ist, dass Teile der Umgebung um Pyongyang abgeholzt und kahl sind Mehrere Joint Ventures wie Cheo Technology, Hana Electronics, Pyongun Jungseong, Taedongang Brewing Company und Nosotek haben in Pyongyang ihren Hauptsitz Dazu gibt es noch viele Märkte unterschiedlicher Größe, wie dem Tongilmarkt Im Stadtzentrum gibt es seit 1982 das Kaufhaus Nummer 1 an der Sungni-Straße Die Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea befindet sich im Stadtzentrum Verkehr Alle vier Fernstraßen Nordkoreas führen nach Pyongyang Mit der Pyongyang-Kesong-Schnellstraße kann man direkt an die Grenze zu Südkorea fahren und über die Pyongyang-Wonshan-Schnellstraße gelangt man direkt ans japanische Meer Die im Bau befindliche Pyongyang-Schnellstraße wird künftig Anschluss nach China bieten Am 20. Mai 1923, also während der japanischen Kolonialzeit, wurde die erste elektrische Straßenbahn eröffnet Sie ersetzt eine ältere Pferdebahn Bis 1933 wuchs das Netz auf eine Länge von 14 Kilometern Während des Koreakrieges, von 1950 bis 1953, schellte die Straßenbahn ihren Betrieb ein Seit dem 15. April 1991 wird erneut eine elektrische Straßenbahn in Pyongyang betrieben In den folgenden Jahren wurde das Netz auf eine Länge von 53 Kilometern ausgebaut Neben dieselbetriebenen Omnibussen fahren seit dem 30. April 1962 Trollibusse in Pyongyang Ein internationaler Flughafen, Sunan International Airport, liegt ca. 30 Kilometer nördlich von Pyongyang Vom Pyongyang-Hauptbahnhof gibt es Eisenbahnverbindungen nach Peking und zweimal im Monat nach Moskau Die Strecke nach Moskau misst 10.272 Kilometer und ist damit 984 Kilometer länger als die transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Wladivostok Nordwestlich des Hauptbahnhofes befindet sich für den Eisenbahngüterverkehr der Rangierbahnhof So Pyongyang, Pyongyang West Künftig wird es mit der Bahnstrecke Pyongyang-Shineju einen Hochgeschwindigkeitszug geben Die koreanische Staatsbahn hat im Hauptbahnhof ihren Sitz Am 6. September 1973 wurde der erste Streckenabschnitt der U-Bahn Pyongyang eröffnet Heute bestehen zwei Linien mit einer Länge von 22,5 Kilometern Die U-Bahn in Pyongyang war die erste U-Bahn auf der koreanischen Halbinsel Der Bau des Systems begann 1968 Ein schwerer Unfall ereignete sich während der Bauphase in einem Tunnel unter dem Taedong-Fluss Einigen Quellen zufolge sind mehr als 100 Arbeiter dabei zu Tode gekommen Dieser Teilabschnitt wurde niemals vollendet und das gesamte U-Bahn-Netz befindet sich heute auf der westlichen Seite des Flusses Das Streckennetz verläuft komplett unterirdisch und die Linienführung erfolgte nach dem Vorbild von Metronetzen in anderen kommunistischen Ländern insbesondere der Metro Moskau Beide Strecken haben viele Gemeinsamkeiten darunter den Verlauf in großer Tiefe und die großen Abstände zwischen den Stationen Die Wände der Bahnhöfe sind geschmückt mit Kronleuchtern und Gemälden des sozialistischen Realismus In den 1990er Jahren wurden 120 Wagen des Typs D von Berlin nach Nordkorea verschifft wo sie auf den U-Bahn-Strecken in Pyongyang eingesetzt werden In Kriegszeiten können die U-Bahn-Stationen als Schutzbunker verwendet werden Für diesen Zweck sind große Stahltore installiert Spekulation zufolge sind große Militäranlagen mit den Stationen verbunden Beweise hierfür gibt es jedoch nicht Nach anderen Spekulationen soll neben den beiden offiziellen Linien auch noch eine unbekannte Zahl von Geheimlinien für Militär- und Regierungszwecke existieren Die Stadtteile nördlich und südlich des Taedonggang sind mit sechs Straßenbrücken verbunden Der Chungcheong-Brücke, der Yanggak-Brücke, der Taedong-Brücke, der Ongnyu-Brücke, der Rungna-Brücke und der Chongnyu-Brücke Medien Die Stadt ist Sitz der Korean Central News Agency Diese ist die zentrale staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas und hat die Aufgabe, Mitteilungen der Partei der Arbeit Koreas, die Kommunistische Staatspartei Nordkoreas und der Regierung Nordkoreas zu verbreiten Sie wurde am 5. Dezember 1946 in Pyongyang gegründet In Pyongyang erscheint die Rodong Shimon, die Arbeiterzeitung Sie ist das Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas Sie wird herausgegeben von der Rodong-Nachrichtenagentur und ist die meistgelesene Zeitung Nordkoreas Zeitungen in englischer und französischer Sprache sind Foreign Trade of the DPRK Korea Today The People's Democratic Republic of Korea und The Pyongyang Times Wie alle nordkoreanischen Medien verbreiten sie die offizielle Propaganda der kommunistischen Regierung Ihren Sitz in der Hauptstadt haben das Staatliche Komitee für Rundfunk und Fernsehen Das koreanische Zentralfernsehen, der koreanische Zentralrundfunk, der UKW-Sender Pyongyang Pangseong Sowie die Auslandsdienste Stimme Koreas und Radio Pyongyang Die Stimme Koreas sendet Rundfunkprogramme in verschiedene Sprachen Unter anderem auch in deutscher und englischer Sprache Bis 2002 war der Sender Teil von Radio Pyongyang, das heute nur noch Sendungen in koreanischer Sprache produziert Gesendet wird auf Kurzwellenfrequenzen sowie auf der Mittelwelle Pyongyang ist im Wesentlichen vom globalen Internet abgeschottet Die Top-Level-Domain .kp, Korea People's Republic, ist weitgehend inaktiv Die meisten offiziellen Webseiten werden im Ausland gehostet Es ist anzunehmen, dass Teilen der Nomenklatura Zugang zum globalen Internet gewährt wird Denn etliche offizielle Stellen sowie Regierungsangestellte, Touristenführer und Studenten, mit denen westliche Besucher sich unterhalten dürfen Haben E-Mail-Adressen bei chinesischen Providern, unter denen sie auch aus dem Westen erreichbar sind Die Hauptstadt soll an ein landesweites Intranet angeschlossen sein, das hauptsächlich Behörden und Ministerien verbindet In der großen Studienhalle des Volkes dürfen westliche Besucher beobachten, wie Studenten über dieses Intranet chatten Inwieweit seine zivile Nutzung darüber hinaus möglich ist, ist unbekannt Bildung Mehrere hohe Bildungseinrichtungen sind in Pyongyang beheimatet Darunter die Kim Il-sung Universität, die Technische Universität Kim Chek und mehrere wissenschaftliche Akademien Die Zentralbibliothek ist ebenfalls in der Stadt untergebracht Im Norden der Stadt befindet sich die im Oktober 1946 eröffnete Kim Il-sung Universität Das Gelände verfügt über mehrere hohe Gebäude Eine Bronzestatue des Universitätsstifters Kim Il-sung und eine Reihe von Reliquien aus den Studienjahren von Kim Jong-il Der an der Universität seines Vaters graduierte Im Durchschnitt sind nach offiziellen Angaben rund 12.000 Studenten eingeschrieben Die in verschiedenen Fächern der industriellen Forschung, Medizin, Architektur, Landwirtschaft und politischer Ideologie unterrichtet werden Die im Jahre 1982 eröffnete große Studienhalle des Volkes ist eine in harmonischer, traditionell moderner Architektur gebaute Bibliothek Die gesamte Fläche umfasst 100.000 Quadratmeter Darüber sind 34 Dächer im koreanischen Stil mit grünen Schindeln zu finden In der Studienhalle werden nach offizieller Aussage 30 Millionen Bücher aufbewahrt Am 2. Juni 2004 wurde ein Lesesaal des Goethe-Instituts in Pyongyang eröffnet Der Bestand umfasste neben deutscher Literatur vor allem praktische Fachbücher von Medizin bis Bauingenieurswesen Zusätzlich sollten dort deutsche Zeitschriften und Zeitungen frei zugänglich sein Inwieweit es der nordkoreanischen Bevölkerung tatsächlich möglich war, dieses Angebot anzunehmen, ist allerdings umstritten Im November 2009 wurde der Lesesaal aufgrund von Vertragsverletzungen seitens Nordkoreas wieder geschlossen Nachdem die Regierung das Auslegen einiger Zeitschriften und Zeitungen untersagt hatte Auf der Insel Tsuk-som wird derzeit ein sogenannter Palast der Wissenschaft und Technik gebaut Sie hörten den Artikel Pyongyang, gesprochen am 3. August 2016 von Lammotz Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-pyongyang Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte Der Artikel steht unter der ccbysa3.0 am Potet sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden